Das Heimat- und Schifferfest Roslau und das Leopoldsfest in Dessau. Zwei Veranstaltungen mit völlig unterschiedlichen Wurzeln und auch in diesem Jahr zwei Veranstaltungen, bei denen die Unterschiede in der Finanzierung durch die Stadt deutlich ins Auge fallen. Die Folgen bekommt neben Oberbürgermeister Clemens Koschig vor allem Kulturdezernent Gerd Raschpichler zu spüren. Zumal Koschig lange vor den Festen in einer Dienstberatung festgelegt hatte, dass beide Veranstaltungen gleich behandelt werden und jeweils 5000 Euro erhalten, in Absprache mit den Vereinen, wie Raschpichler dachte. Das hat sich nicht bestätigt, denn sowohl die 5000 Euro für den Leopold-Verein hätten nicht gereicht. Deswegen haben wir noch die Kosten für die Bühne übernommen, wie gesagt, also rund 8500 Euro. Und beim Schiffer-Verein ist dann letztendlich nach einem Gespräch auch in Roslau noch einmal mit den Beteiligten und dem Oberbürgermeister und unserem Mitarbeiter im Kulturamt festgestellt worden, dass der belastbare Finanzierungsplan für das Schifferfest in Roslau bei ca. 15.800 Euro liegt und die 5000 Euro, die der OB im Sinne der Gleichbehandlung wohl auch berechtigt festgeschrieben hat, natürlich fraglich sind. Bereits Ende April hatten der Verein zur Förderung der Stadtkultur und der Förderverein der Schifferstadt Roslau auf Raschpichlers bitte neue Finanzierungskonzepte vorgelegt. Dass nach Roslau aber fast doppelt so viel Geld gehen würde, war den Ausrichtern des Leopoldsfestes offenbar nicht bewusst. Die Teilnahme am Schifferfest wurde abgesagt. Auf seiner Homepage trauert der Verein um die Ehrlichkeit mancher Politiker. Ich kann die Enttäuschung verstehen, denn ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, bereits einem Tag nach dem Gespräch an meinem Tisch hat gerade der Verein zur Förderung der Stadtkultur sehr, sehr, sehr deutlich reagiert. Also von einer geplanten Summe von 15.000 herunterzukommen auf 5 plus Sachkosten ist für mich ein gewaltiges Entgegenkommen gegenüber der Stadt. Und ich kann verstehen, dass dann natürlich ein Verein, der sich so bemüht hat, die Kosten zu reduzieren und auch erfolgreich bemüht hat und im Glauben gewesen ist, die Gleichbehandlung würde auch gelten für das Schifferfest in Roslau. Da kann ich die Enttäuschung gut verstehen. Angesichts knapper Kassen und zahlreicher Feste, die schon jetzt ohne städtische Hilfe auskommen müssen, liegt die Frage nahe, ob man die Finanzierung dieser Veranstaltungen nicht generell den Vereinen und Sponsoren überlassen sollte. Der Kulturdezernent ist geteilter Meinung. Veranstaltungen, die an Institutionen unserer Stadt gebunden sind, die internationale Ausstrahlung besitzen, die nationale Ausstrahlung besitzen, ich glaube, da wird sich die Stadt weiter beteiligen müssen. Ich meine hier ganz klar das Farbfest, ich meine Kurtweilfest, ich meine das Leopoldfest, das ist Anhaltkultur. Aber die Vereinskultur, dort werden wir schauen, dass wir den Vereinen helfen, allein zurechtzukommen und wir werden auch uns bemühen, Sponsoring zu organisieren, aber begleitend zu organisieren. Aber auch das ist angesichts der Wirtschaftssituation ein schwieriges Unterfangen. Eines scheint die Diskussion deutlich zu machen, auch über drei Jahre nach der Fusion steht zwischen Dessau und Rostau immer noch eher ein Trenn als ein Bindestrich. Wir sehen ja gerade bei der Diskussion jetzt zu den beiden Festen, da ist viel Emotionalität drin, die ich auch verstehe. Aber ich möchte gemeinsam mit den Vereinen zu einer gepflegten Diskussionskultur zurückkommen und deswegen lade ich alle jetzt auch in den nächsten Tagen ein. Wir wollen jetzt die Feste vorbereiten für das Jahr 2011 und sie können sich darauf verlassen, dass wir beides tun wollen, dem Gleichbehandlungsgrundsatz zu entsprechen, aber auch da, wo Unterschiede auch in zwei, drei Jahren noch nicht ausgemerzt werden können, da wollen wir auch nicht das Kind mit dem Bade ausgießen und auch den Vereinen helfen. Die Zeichen stehen also gut, dass im nächsten Jahr nicht wieder gestritten statt gefeiert wird. Wie die betroffenen Vereine zum Streit und den Zukunftsaussichten stehen, sehen Sie demnächst in Zeitnah.